Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie Gesundheitsförderung sind so wichtig wie nie zuvor. Dazu gehört es auch, sich regelmäßig fort- und weiterzubilden. BAD bietet Ihnen mit digitalen Gesundheitstagen individuelle Fortbildung. Sie bestimmen, welches Wissen Sie rund um die Gesundheitsförderung benötigen. Dafür wählen Sie aus verschiedenen Formaten aus. Webinare, praktische Übungstutorials, Videopräsentationen und individuelle Beratungsgespräche mit den BAD-Experten stehen Ihnen zur Auswahl. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren digitalen Gesundheitstag gestalten. Wir freuen uns auf Sie!